Die Wettbewerb läuft aber in Baurausi, heute werden bei uns die Kürbisse gepflanzt. Einwachen, jetzt geht es gleich, ganz im Mittel zu der Kürbisse. Hier ein Jar unten, da lädt man die Pflanze rein, dann kommt die Rolle und macht wieder zu und fässt die Pflanze an. Und dann kommt 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 die Pflanze an.